PCNC Gaming ISS BACK und wir dürfen wieder mal ganz liebe Gruppen hier zeigen dann wieder auf unserem Kanal heute mal wieder mit ein ganzes Video mit RobTop die Map dürft euch bekannt sein SSLP äh gestern also RobTop da haben wir auch schon mal das gemacht ja dann würde ich sagen sehen wir uns dann beim Cup hi okay I'm ready for this shit wir machen mal wieder ein best of three oder ein best of five ich glaube ein best of three will ich sagen ja es ist mir feiniger alles klar I'm ready ich bin fertig 1 2 1 go ich versuche hier auf die Welt kommt zu gehen scheinlich bin ich die Lava gefallen wo haben wir jetzt vergeleckt warum du bist totes nein ich bin nicht in die Truhe reingegangen ich bin Depp nein 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 oh das liegt Alter Alter ist doch grad mega hier oben merkst du es ja bist du denn lieber tot ich hab noch full life ich auch oh ne warte mal warte mal nicht oh du hast mir so Kombo gegeben ja scheiße okay die erste Runde geht an mich an Pistabot so wir sehen uns bis gleich bei der zweite Runde bis dann tschau ich sagen die zweite Runde geht und ready steady go ja wir da hey malen malen ich treff dich nie wie siehst du sneaks du was ich sneaker ja wir sind jetzt bei der dritte runde so wir haben uns entschieden dass wir doch ein best-of-five machen weil es besser geht doch nicht so schnell und ready steady oh mein gott ok das ist gleich zur vierten runde ok und da sind wir auch schon bei der vierten runde und ready steady nein was ok 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 Nein. Oh, halbes Herz. Halbes Herz. Nein, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir sehen uns bei der vielleicht entscheidenden Runde. Bis dann. Okay, Leute, da sind wir auch schon bei der letzten, vielleicht letzten Runde. Und dann würde ich sagen, ready, steady, go. Nein! Nein! Ich lag mit dem Bogen! Nein! Ich in die Ruhe! Scheiße! Nein! Nein! Scheiße! Oh nein! 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 Schon wieder! Hä? Aber wie kann ich dich nicht treffen beim Lickkopf? Hä? Hä? Ich zieh dir auch hin, oder? Oh, jetzt! Wieso snickst du? Nein! Nein! Oh nein! Schlecht! Nein! Hä? 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 Boah, eineinhalb Herzen! Ich auch! Nein, ein halbes Herz! Wo siehst du? Nein! Nein! Alter, wie es gelegt hat, Alter! Ja, die Runde war aber voll am Leben! Alter! Fuck, man! So, okay, jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen spannend. Wir sehen uns bei der nächsten Runde! So, dann sind wir vielleicht wieder bei der entscheidenden Runde! Da steht 4 zu 1! Und ready, steady, go! Oh, da liegt noch mal eine Sache! Hä? Ich bin noch nicht geweckt von der letzten Runde! Achso, okay, das hält nicht! Das hält nicht! Okay, dann sehen wir uns, wenn er voll gereckt ist! Okay, Jungs! Wir sind jetzt wieder fast ready! For Rumble! Und ready, steady! Go! Fuck, Alter! Ihr könnt immer auch in die Kommentare schreiben, ob wir auch mal was mit Verzaubern machen sollen. Ob wir das Battle auch mal mit Verzauberung machen sollen. Ob wir zum Beispiel Stärke auf dem Schwert oder irgendwas anderes, Zerschlagung, gibt es jetzt auch. Oder mal Stärke auf dem Bogen. Oder einfach mal Bad Wars! Ja! Ich sneak! Nein! 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 Scheiße! Mir ist das selber passiert! Nein! 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 Also Leute, wenn ich das jetzt nicht gewinne... Ich raste aus, Alter! Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder! Okay, Leute, wir sind jetzt wieder da! Zu vielleicht! Wieder entscheidend! Die letzte Runde! Ready, steady, go! Oh nein! 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 Das war's. Oh, jetzt ist das spannend. Mann, scheiße, ich treff dich nicht. Was? Ey, yo. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Was? Alter, vier. Alter, fuck. Mann, was ist los? Wie steht's? Vier, drei. Und wir sehen uns dann vielleicht wieder bei der entscheidenden Runde. So Leute, dann sind wir wieder bei der entscheidenden Runde. Ready, steady, go. Das ist jetzt die wievielte Runde? Achtung? Ne, das ist die neunte. Ne, siebte. Oder? Ich hab nicht mitgezählt. Auf jeden Fall kann's wieder entscheidend sein, dass er wieder gewinnt. Und wenn nicht, halt nicht, ne? Warum triffst du nicht, wenn ich dich nicht? Oh mein Gott, er wird's schaffen, er wird's schaffen. Leute, ich treff dich wieder nicht. Halt, Abstand. Ja, endlich, Jungs. Endlich hab ich's für mich entschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gewertet uns. Und ja, ich würd nur sagen, dass am Flügelag ein Affenato-Video kommt wieder. Weil das ja so gut bei uns angekommen ist. Und ja, wir haben euch nicht überlegt, ob wir noch eine Runde ranhängen wollen. Eine kleine, oder? Ja, das ist geil, muss rein. Komm jetzt mal eine kleine Runde hinten dran. Okay, das ist immer so. Ja, dann hängen wir eben noch eine kleine Runde zur Weise, der ist dran. Und ja, bis zwei, wir gehen jetzt schon. So, Leute, da sind wir wieder. Die Runde geht gleich los. Und ja, wir sind ja an irgendeinem Outends-Dings da. So, nehmen wir das als Abagasin. Ich hab nur Eisenpust und einen Bogen, aber ohne Falle. Hier unten geht's nochmal. Okay, ich hab mich kurz gekürt. Wo bist du? Ähm, ich bin hier unten. Ich hab ein Haarzeit. Da bist du Pixelball. Los, komm, geh. Geh, komm her. Sind du mir? Ja, los, los. Auf Eis rennen, Alter. Oh nein. Bitte nicht. Ja, es leckt wieder. Fuck. Naja, bei mir liegt's auch, aber egal. Mir werden wir zurückgebracht, das ist dieser Berg. Dieser Leck. Ich darf nicht sprinten. Ich brinde auch nicht. Bist du hinter mir immer noch? Ja, ich lauf hier grad den Berg hoch. Ich bin auch gerade auf dem Berg. Ich bin auch gerade hoch. Da ist einer. Ja? Hinter dir. Aber der hat nur Leck. Wow. Arschloch. Komm, holst du. Nee, ganz leck. Der hat nicht immer geschlagen. Hörst du den? Ach, da unten ist der. Wo ist? Jawohl. Ach, der ist leck. Ja, ich weiß nicht, wenn du die auch mal leckst. Aber? Es geht, ne? Es ist... Okay, ich brauche nur eine Brust. Ich suche Goldbrust für eine, wenn ich viel Kunde. Was? Ich habe doch eine Goldbrust für eine Goldbrust. Na, ich weiß nicht. Ich habe mir eine Goldbrust. Ja, das ist der typische S-G-Leck. Ich habe sogar ein Feuerzeug. Eben, kannst du mir irgendeine Waffe geben? Also... Nee, ich habe nur... Aber lass es nicht gucken, lass es nicht gucken. Nee, ich habe keine Waffe, nur Steinshirt. Wieso? Ich habe eigentlich auch nur einen Bogen. Ja, auch einen Bogen. Aber leider, leider, leider. Aber ich bleibe mit der Torwart. Warte, ich bleibe mit der Torwart. Na, da war nichts Gutes drin. Ja, hier ist noch ein anderer. Ich habe dich noch ein Goldschleer. Ich habe ein Eis und... Ich habe eine Goldschleer. Hast du ein Goldschleer? Lass in die Mitte gehen, okay? Ich habe jetzt eine Steinachse. Ich will eine Goldschleer geben. Ich mache größere Stein und ein Goldschleer. Ich bin in den Bogen zurück, okay? Ja, ich bin in den Bogen. Ich muss die Eis und... Oh, die Mitte ist nicht so weit weg. Ich bin ja hinter dir. Okay. Aber hier ist auch noch eine Trunk. Das ist gar nicht so bagged. Ich gucke, ne? Ich habe noch ein Goldschleer. Ich habe auch noch eine Eisenachse für dich. Lege das in die Eisenachse? Nein. Da nehm ich die. Noch ein bisschen Rüschi. Warte, ich habe noch Rüschi für dich. Ich habe noch Rüschi für dich. Ich habe... Okay, dann ist los. Okay, Eisenmittel. Eisenachse ist nice. Nitz. Das ist sogar besser als die Steinzeit, weil ich mir das nütz... Ich habe... ...2 goldenes Stück. Ehm. Ich habe auch ein Stück. Weißt du, was geil ist, man bekommt ja keinen Fall damit. So, dann robben wir die Mitte, würde ich sagen, ne? Na, ich weiß ja nicht mehr, wie viel war. In 5 minutes. Hey, ist denn auch noch was? Ey. Hast du mich gerade geschlagen? Mh, mh. Na klar. Aber der ist oben, da oben. Da oben ist jemand Tückel. Äh. Da oben? Doch, da. Hier, guck mal, jetzt zwei. Hier einer oder einer. Lassen doch da schnell hin. Ja, stimmt. Die kommen wir nicht zu uns. Alter, der Button, der Junge, der war richtig alt. Guckst du in der Mitte? Ja. Ich stelle dich mal an. Guck mal, unter dir. Hallo. Oh no, jetzt sind wir. Machen. Warte. Oh, siehst du dich? Wow. Oh, siehst du dich? Nö. Hi, hier oben. Hör auf. Da geht's mir nicht dran. Nee, ich soll das, siehst du dich auch nicht. Man hat immer heute mal. No, ich will da. Ich bin da auch. Ja, okay. Ich bin hier unten, okay? Wo ich bin hier oben, hier oben? Ich bin hier unten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... das machen wir hast du noch heißen ja ein wieso brauchen wir noch eine eisne da sind wohl eine eisne brauchst du einen schuh die leute sind noch acht ich komme einfach nicht mal raus ja ganz oben fliegt das ist so ein hacker ich kann ja auch jetzt machen ich hab alle den axt ich mach dann auch nicht weil ein minuten nicht da aber ich starte ich sehe eben dann nicht nur aber doch jetzt habe ich zwei als ich werde ich habe es einzeln getrunken wir haben welche ja ich sehe dich nicht so schlau mal auch hier darf die trug hat offen das ist ja jetzt für eisen drin da sind zwei eisen ist drin da sind vier eisen drin ja ich habe noch ein stick da ist einer das ist eine pass auf oder nicht da kann du ihn doch der die ich doch nicht von einem nur ob der mich sieht das muss ich sehen wenn er nicht schlägt vielleicht den auch lecker und hier kommen wir nicht mehr an um ein eisenschweres weg das ist klar klar maro war und war soll ich sehe dich nicht naja egal doch hier ich habe noch eins du sitzt hier von die truhe rein die die offens das ist nicht du da ist noch eine oft aus dem mund wo alter der macht richtig gut damage da kann noch eine hat mich bestimmt er hat mich ich habe ein herz das bestimmt noch jemand hinter dem gewesen ich habe haben ja du hast ihn gut da ist aber noch eine in der mitte ja lassen lassen ich habe er wird geschlagen und er weiß nicht von wo er denkt von mir er denkt von mir scheiße ich denke er wird von mir geschlagen gott alter ich habe ihn auch geschlagen hast du ihn? ja jetzt hast du ihn geschlagen ja wo er ist dauernd 3-Store-Säfte ist also ist noch einer den wir kühlen müssen hast du ein Eis mit? nope warte siehst du mich jetzt? doch ich habe einen Eisenschwert aber ich sehe dich immer noch nicht hehehe leee mich sehen sie ja alle nicht ein Hacker ja gut ne ja gut hab ich dir gesagt das wird doch ein bisschen länger ne wie lange ist das jetzt? 20 Minuten oh alles noch bist doch nicht so bad ne alles noch hehehe also ich habe es nicht recht im Schritt wie gesagt am Dienstag von Clemens kommt Akinato da geh nur durch da geh nur durch wo wollen wir doch die ok auf den eilen hey gott er spielt jawoll down leugameinkel leugameinkel hey ey ey warte geht das noch einer wo hier ne luft was ist da ready warte 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 oh hat er gewonnen ich gehe ich gehe kurz gucken wenn ich jetzt in der runde gehe ob ich dann vielleicht durchgehen ok ja dann zeig uns ob das wäre geil aber ich hab noch Equip ok Jungs das war's für das Video ich hoffe ich gefallen ich hoffe ok wir hoffen es hat euch gefallen bis dahin bis dahin und tschau tschau caro